jo leute und herzlich willkommen zurück zu der zeit wir spielen hier heute mit rio schon wieder auf hypixel und das war komisch auf jeden fall hat rio ja letztens ein no slow 2 mode gated bekommen weil pika zwischendurch ihre configs geupdatet hat und patrick dann versucht hat wieder einen anderen grimm no slow zu machen und ich habe in meinen videos wohl gelogen letztens als ich gesagt habe rio hätte no slow für hypixel weil das stimmt wohl nicht der hat nichts gemacht anscheinend also der hat nicht geblockt server seit das war sozusagen wie sagt man placebo war das aber dieses mal der spoof 2 mode geht einfach fürs blocken und geht sehr gut gerade im hvh und gewinnt sehr gut geht nach gegen andere clients hat man vorher ja auch schon ohne no slow aber jetzt erst recht weil viele andere nos los öfters mal an blocken und der jetzige nicht selbst rise 6 hat ja gerade keinen voll no auto block was bedeutet wir sind gerade einfach was den auto block angeht wirklich besser als andere hypixel clients das ist geisterkrank ich meine das macht insgesamt gerade sehr sehr viel spaß auf hypixel mit rio ich kann gleich auch mal in bad wars gehen und da noch eine runde spielen denke ich meist dann auch mal abwechslung im video und heißt ich habe mein handy nicht auf stunden warum auch immer weil da kann man den bridge mode slow rein machen da hat man eigentlich fast einen empfindet scaffold auch selbst seitwärts also diagonal und das ist einfach nur geil auf hypixel gerade mit rio und der gomme client einfach überall funktioniert es ist wirklich cool ich kann ja auch noch mal zeigen blocking motors keypress und hier sind die einstellungen aber meine settings sind wie immer auf dem kleinen launcher das gott gepostet worden ich denke mal dieses mal werde ich die konflik wirklich patrick geben dass wir die mal in die online konflikts packt weil es definitiv eine bessere konflik als die jetzigen online konflikts keine frage und es macht einfach nur spaß auf hypixel ich meine es macht sowieso spaß auf hypixel selbst ohne no slow aber somit nur slow ist es einfach nur geil gerade in skywars ist es halt sehr sehr praktisch ein no slow zu haben und der cheater da einfach haben wir zwar knapp gewonnen aber wir haben gewonnen und das ist alles was zählt tatsächlich guten tag haben wir noch stärke ich weiß gar keine stärke mehr ich bin neumel ja gut aber ich lasse die runde jetzt einfach drin weil wir in hvh gewonnen haben und das ist wichtiger als gegen kläge zu sterben ich hätte goldenen apfel essen könnte ich bin so dumm ja wir spielen eine runde skywars einfach noch live weil geht ja direkt hier weiter und dann spielen wir gleich eine runde badwars und man sieht es gewinnt im hvh zwar jetzt nicht krass wer hätte es gedacht andere kleines haben auch einen autoblock aber es gewinnt immer vorher und das alles was zählt so die original mit normalen scaffold walk weiß ich gerade gar nicht da haben wir natürlich auch noch drin allein das weit auch ein tower haben ist so cool ist einfach nur nice experience auf hypixel der taus auch nicht ansatzweise findet oder so so wie bei rice ist er nicht bei rice kann man ja auch benutzen wenn man still steht hier muss man den benutzen während man läuft aber rio der 25 euro klein der war überall bei fast einfach günstiger als abi kleins und bei pest überall und auch noch in tv und pola punkt ob die beste antische zurzeit das abi kleins doch rice bypass sogar intel habe ich mir sagen lassen von patrick zwar nicht so gut wie wir aber bei fast wohl hat natürlich nicht gutes backtrack und so was aber es bei passt also schon bild ich bin insgesamt ganz stolz rice im shop zu haben weil rice ist wirklich einer der besten clients der besten ami kleins zurzeit und den jetzt im shop zu haben da kann man schon stolz drauf sein gefällt mir insgesamt dass ich jetzt mal wirklich richtig mit amerikanern zusammenarbeiten kann das letzte versuch mit clean war ja nicht so gut damals wenn das leute sich noch daran erinnern können aber ja ich würde sagen wir sehen uns nach dem cut in einer runde bad wars und so da sind wir auch schon in der runde bad wars sogar in einer double runde dachte ich mir mal weil mit autoblock kann ja easy gegen zwei gewinnen auf der gefahr hin dass wir schwitzer spielen weil irgendwie in acht mal eins sind die leute ziemlich casual unterwegs und hier muss ich glaube ich bin ich auf der gefahr hin dass wir schwitzer drin sind aber wir lassen uns überraschen ich denke mal wir sollten trotzdem gewinnen das einzige problem was ich habe ist das ich wegen vpn lag ganz oft mein anti fireball nicht benutzen kann und das einfach nicht den fireball blockt schlägt ihn sogar zurück aber die explosion kommt irgendwie trotzdem bei mir ist das der slow mode das ist der slow mode ich war gerade irgendwie am sprinten cool gut zu wissen auf jeden Fall da tauern wir noch mal dass der nicht direkt zu unserem bett laufen kann benutzen den breaker ich weiß gar nicht ob ich den benutzen aber warum sollte ich den nicht benutzen dürfen wird schon passen oh wir haben gutes zeug bekommen eine rüstung können wir uns nicht leisten aber blöcke können wir uns leisten wir können uns ja eh diagonal bauen einen findet wird es nicht gehen aber vor allem so viele blöcke haben wir auch gar nicht oder nein so viele blöcke haben wir gar nicht dann warten wir mal ganz kurz gut dass ich dabei kläglich versagt habe aber gut wir sind ja auch nicht beim schwitzen sondern beim cheaten deshalb ist es nicht weiter schlimm habe ich mich nicht blamiert nur ein bisschen geäumelt und die haben ihr bett eing... mag der scaffold walk anscheinend nicht wenn man da stehen bleibt während das ein block placen will merke ich mir nicht dass da gleich jetzt meine blöcke wirklich weggeflaggt werden beim scaffold walken wir kaufen uns eine spitzsacke so dann können wir das bett jetzt auch frei bauen dann können wir uns noch einen goldenen apfel kaufen sehr schön okay flag mich für no slope weil ich keinen no slow beim ersten anna aber aber wenn ich dann durch hitten darf beim blocken beim laufen dann ist das in ordnung das ist okay danke danke watchdog danke dass du da bist doll kranker typ hat mich einfach von da unten gehittet das ist nicht deren ernst das ist wirklich nicht deren ernst kann er nicht laufen dankeschön der da hinten ist ist nicht der andere grüne keine ahnung wir holen uns hier nochmal blöcke weil die brauchen wir tatsächlich dann können wir uns auch kaufen wir können uns auch gleich eine eisenrüstung kaufen ich mach mal jetzt mal hier den schwitzer bevor ich irgendwie reinäume ich tue das in die truhe ich habe es mir teilweise mal angewöhnt auf cheat mine weil es schon schlauer ist falls man mal runter fällt oder sonst irgendwas weil auf intafe bekommt man ja ein bisschen knockback tatsächlich ähm ich weiß nicht ob das deren team bett ist aber ich gucke einfach mal kurz nach ne das ist schon weg hätte auch einfach rechts gucken können dann hätte ich das auch herausfinden können bitte lass mich genug blöcke haben ich habe keinen bock jetzt nochmal zurück zu gehen und nochmal neu zu kaufen ja danke für nichts ich diese runde spielt sich irgendwie grad so langsam aber ist ja in ordnung haben wir eine entspannte bedors runde stimmt ich kann mir nochmal rüstung kaufen dann hat sich das ja sogar sozusagen gelohnt hier nochmal zurück zu gehen ja immer positiv sehen und wie gesagt in bedwars ich weiß jetzt nicht ob den no slow mode autobund ich denke mal nicht ähm aber man kann eigentlich ziemlich empfindet in bedwars spielen also ich habe über drei stunden einmal gespielt und ähm die jungen ich bin so dumm das kann nicht mehr in ernst sein aber die gute switch aura die risex übrigens auch nicht hat ich weiß nicht wann er endlich mal die sachen da macht aber übrigens risex äh dauert nicht mehr so lange weil ähm der soon release ist ja wohl schon ziemlich lange wurde mir gesagt ich wusste das gar nicht dass das wohl schon so lange geht ähm aber risex dauert wohl nicht mehr so lange wurde mir gesagt aus äh so privaten quellen hat mir sozusagen vögelchen gezwitschert dass risex wohl wirklich bald release werden soll und übrigens bevor sie fragen habe ich auch schon in den shop reingeschrieben ihr bekommt risex kostenlos wenn ihr rise5 gekauft hat also das ist keine frage das ist da kein problem und das war die badwars runde die ist doch schneller zu ende gewesen als gedacht wir sind ziemlich gut drüber gefahren die switch aura gute arbeit mit dem no slow zusammen gemacht also mit dem autoblock war sehr geil gut ich hoffe es hat euch wie immer gefallen wenn ihr dann was neigt da kommt äh schreibt es in die kommentare keine ahnung kauft rio ist wie man die beschreuung verlinkt und ja wir sehen uns bei einem anderen video wieder ciao ciao